Ich kann es heute beibringen, aber am Anfang kann ich mich so ein bisschen locken. Das ist genau alles gleich bei den Bündnäumen. Ich kann den ersten Weg locken. Dann fange ich an, ganz kleine Strecke, dann selber laufen. Das heisst, ich mache noch ein Stückchen laufen. Dann muss ich an den Gedanken zum Verraten belohnen wieder. Dann mache ich wieder ein Stückchen laufen und dann gehen wir wieder. Dann nehmen wir länger ein Stückchen, bis wir eben dort kommen wollen. Aber das braucht schon ein bisschen. Ich wünsche mir viel Spaß mit dem Essen. Ich wünsche mir gern Zeit, wenn wir noch ein Stückchen tun. Ich wünsche euch noch ein Stückchen, wenn wir noch nicht,